Guten Morgen, hallo wach, salve a tutti. In diesem kleinen Clip geht es um das Gold. Das ist jetzt auch schon wieder zwei Wochen her. Das Gold, gehen wir da ein bisschen weiter raus, hat es also geschafft, ein neues Hoch zu machen. Wir haben also hier so die alten, die waren so um die 2060, 70 rum. Wir sind rüber, 2088 und das ist eigentlich ein Chart. So hätten die meisten meiner Folger gern den DAX. In diesem Fall sind es ja, was sind denn das, 110 Punkte? Da sind wir also ordentlich mal ein paar Prozent runtergekommen. Und das wünschen sich natürlich auch viele für den DAX, dass der mal hier runtergeht, nochmal auf 16.000. Ja, wäre schön, wenn es okay wäre. Ganz kurz zum DAX. Ich werde heute, das ist Mittwoch, ich werde heute keinen Film machen. Weil ich will das euch ja machen. Heute kommt die FED, morgen kommt die EZB, am Freitag ist großer Verfalltermin. Da hat die Technik als analytisches Hilfsmittel herzlich wenig verloren. Deswegen, das mache ich gar nicht. Das bringt nur Tuhu, Wabohu, deswegen lasse ich das sein. Und wir machen, den mache ich aber am Freitag mache ich den. Und dann, das hatte ich auch annonciert, dann werde ich dann ab Montag, werde ich dann die Aktien machen, kurz, mittel, langfristig. Und zwar bis zum Ende des Jahres. Jeden Tag zwei, drei Filme. Ich versuche 40, 50 Aktien zu machen. Aber gut, kommen wir zum Gold. Also das Gold hat dieses Hoch hier gemacht, wirklich fulminant. Als ich den letzten Film machte, da waren wir irgendwie hier so bei 2007, habe ich auch gesagt, das sieht noch gut aus. Und dann kam diese fette Kerze rein. Das war schon mal ein Tritt ins Gemächt. Und wir folgen diesen schwarzen Kerzen weiterhin. Also, wir haben Fakten geschaffen durch ein neues Hoch. Fein, nehme ich mal so hin. Aber das ist jetzt natürlich auch dann für dahin ein ziemlich heftiger Widerstand. Da komme ich gleich drauf mit dem Putt. Diese Bewegung hier ist für mich deshalb so interessant, weil sich die Technik insgesamt, die sehr hohe Technik, man sieht es hier ganz hervorragend über den Oszillator, die hat sich schon wieder komplett abgebaut. Diese Bewegung. Also es ist richtig, das ist das, was ich mag, so sinusmäßig, sinuskurvenartig. Dann macht das richtig Spaß. Wir kommen aber jetzt in einen Bereich, den halte ich für super wichtig. Und zwar ist das dieser hier, die 1950. Heute Morgen hier um 6 Uhr handelt das Gold bei 1978. Dieser Bereich von 1950 ist deswegen so wichtig, weil sich da ganz viele Interessensgruppen treffen. Wir haben hier einmal durch den Chart ehemaliger Widerstand. Dann sind wir durch. Nochmal aufgesetzt. Hier, 1950 kommt von hier, hier bestätigt, ist schon länger her. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist das 50er Retracement von dieser Bewegung. Trifft sich auch hier. Als dritten haben wir die 200-Tage-Linie und als vierten das untere Bollinger Band. Also dieser Punkt ist, das ist ein Master Support. Wenn der gebrochen werden sollte, mit einem Schlusskurs abends um 22 Uhr. Und brechen heißt für mich nicht 1948 oder 47, sondern das muss dann schon hier runter gehen. Das ist die zweite, also naja, das ist sogar schon ein bisschen weit. Das ist 1930. Ab oder unter diesem Punkt würde diese Aufwärtsbewegung hier in Stocken geraten, beziehungsweise muss man davon ausgehen, seitwärts oder weiter leicht negativ. Das ist ganz gefährlich hier, die 1939. Aber ich denke, dass dieser Bereich hier um die 1050, der sollte schon länger verteidigt werden. Sollte dann die Technik drehen, weil wir uns vielleicht zwei, drei Tage daran aufhalten, dann hat er auch wieder die Chance, hier hoch zu gehen. Das heißt, was ich auf jeden Fall probieren werde, ist, wenn wir so um diesen Bereich sind, gucke ich da ganz genau hin, also um diesen Bereich hier, 1050, gucke ich da ganz genau hin und da suche ich mir sogar einen relativ knappen Call aus. Der muss aber dann Stop gleich Knock sein. Also das ist nach wie vor, das ist jetzt hier eine schöne Korrektur, eine nahezu perfekte Korrektur. Die sollte allerdings hier zum Stoppen kommen, wenn sie es nicht schafft, weil wir die 1930 auch noch unterbieten, muss ich davon ausgehen, dass wir hier in diesen Bereich wieder reinkommen, so um die 1875. Auch dafür habe ich dann einen Call, dass man den dann hier unten mal empfangen kann. Sagen wir es mal so, der kommt auf die Watchlist. Also grundsätzlich finde ich, es ist eine gute Bewegung gewesen. Hier oben nochmal viele Shorts rausgelassen und dann sehr heftig korrigiert, wirklich heftig korrigiert mit den 110 Punkten. Ich kann mir das hier, davon gehe ich eigentlich aus, dass wir die 1950 sehen. Es wäre unschön, die 1930 zu unterbieten. Da muss ich komplett umdenken, dann setze ich auch wieder definitiv mehr Putz ein. Ich habe folgende Scheine jetzt mal für euch rausgesucht, auf die Watchlist. So, einmal hier. Das hier ist der 1921er Call, da liegen wir also unter diesem Punkt hier. Den werde ich mir definitiv anschauen, wenn wir hier um die 1950 handeln sollten. Oder wenn in der Zwischenzeit, vielleicht in drei, vier Tagen, fünf Tagen, hier unten ein Kaufsignal entsteht, dann kommt der auch ins Spiel. Der ist ziemlich nah dran, hat im Moment einen 33er Hebel. Der wird, das wird eine ganz heiße Geschichte, wenn der um die 1950 steht. Das ist die UL830R. Dann habe ich aber auch einen, der ist ein bisschen, sagen wir mal, gemütlicher oder weiter weg. Der ist hier bei 1851, da sind wir hier in diesem Bereich, da. Hat im Moment nur einen 15er Hebel. Der kommt bei mir, der ist sowieso jetzt auf der Watchlist. Und da muss ich mir überlegen, wie habe ich Zeit zwischen den Weihnachtsfeiertagen, wie auch immer, ob ich dann den 21er nehme oder den 851er. Das muss ich mal schauen. Aber sobald hier unten ein Kaufsignal entsteht, ähnlich dem hier oder dem hier, dann werde ich mich für die, je nachdem wo er dann steht, für einen von den beiden entscheiden. Sollten wir die 1930 brechen mit Schlusskurs abends 22 Uhr und zwar mit so einem Kurs von 1920, kommt auch dieser Putt hier nochmal rein. Der ist im Moment relativ weich mit dem 15er Hebel. Das ist 2103, damit liegen wir über dem Alltime High. Wenn ich das aber sehe und das geht schnell und das wird heftig, da kann ich natürlich auch einen nehmen, der liegt tiefer. Ja, so ein 2030er, sowas in den Dreh rum. 2030, 2040. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Also grundsätzlich bin ich der Meinung, das Gold hat hervorragend korrigiert, also exzellent lehrbuchmäßig korrigiert in allen seinen Indikatoren. Ich habe noch kein Kaufsignal. Ich sehe eine sehr wichtige Unterstützung hier mit der 1950. Da werde ich auf jeden Fall mal was probieren. Wenn wir hier irgendwo, und dafür ist dann auch der 4-Stunden-Chart sehr gut geeignet, wenn wir hier irgendwo hier unten drehen. So, also wie gesagt, heute Abend kommt kein Film. Freitag wieder und dann die nächsten Wochen kommen jede Menge Filme. Da kann ich aber keine Reihenfolge sagen. Das muss ich schauen, wie ich das dann da am besten hinkriege. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.